Nachricht vom Sonntag dem 5. Juni 2022 Pfingstsonntag, erster Sonntag des Monats Direkt Facebook Olivetto C.I.T.R.A. S.A. Italien Heilige B.A.K.H.I.T.A. Brüder und Schwestern Ich bin es eure Schwester Bakita Ich habe mit euch getanzt Ich habe unseren Bruder Jesus mit euch gelobt Heute ist ein besonderer Tag für diejenigen Die sich vom Heiligen Geist formen ließen Ich möchte euch sagen Was mit mir am Pfingsttag geschah Während ich betete Erschien mir ein sehr starkes Licht Aus diesem Schein kam eine Stimme heraus Welche mir sagte Bakita ich bin der Herr Dein Gott Wisse sagte er zu mir Dass in diesen Worten Mähne Gesetze eingeschlossen sind Ich verstand nicht was er sagte Und ich fragte Was er tun könne Diese Stimme sagte zu mir Du hast dieser Welt immer mit deiner Anstrengung gedient Ich wünsche mir dein Herz Liebe alle und du wirst mein Herz schneller Mein einziger Wunsch war es Meinem Herrn zu dienen und dies in die Praxis umzusetzen Nicht immer kannst du verstehen was mit dir geschieht Aber dein Glaube wird dich darüber hinaus sehen lassen Ich glaubte Ich könnte nicht genug lieben Ich gab jeder Seele mehr und mehr Ich wollte Dass mein Herr stolz auf mich war An dem Tag nach seiner Erscheinung begann ich zu tanzen Ohne Musik Aus dem Inneren meiner Seele hörte ich eine Musik die nicht irdischen war Einige die der Kirche angehörten Sagen mich tanzen Sie versuchten mich aufzuhalten Aber sie konnten es nicht Mein Geist flog durch die Kirche Ich wollte der Kirche nicht ungehorsam sein Aber ich konnte dem Heiligen Geist nicht widerstehen Tut dasselbe auch ihr Ich kenne die Lasten des Alltags Aber im Augenblick des Gebets gebt euch selbst auf und alles wird leichter sein Als ICV ein Kind war Wurde ich von einem Haken getragen Der mich an Defkele zog ICV konnte fast nicht schlucken Ich fand Kraft in diesem Licht Das ich immer sah Aber es sprach nicht immer zu mir Brüder und Schwestern Akzeptiert auch ihr die Leiden und Prüfungen des täglichen Lebens Mit viel Liebe wird es euch stark machen und euch ins Paradies bringen Ihr hattet so viel Glück wie Ihr seid in dieser Welt auserwählt worden Stellt sicher dass unser Meister stolz auf euch ist Ich liebe euch Ich betete immer inmitten unter euch Ich werde niemals ermüden um zu bitten unter euch zu sein Brüder und Schwestern Mein Herr ruft nach mir Ich muss ihm gehorchen Ich schenke euch die Segnung der Heiligen Dreifaltigkeit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Ich liebe euch Ich liebe euch Ich liebe euch Ich liebe euch Vielen Dank.